Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Comexio. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Produkt aus der Hard- und Software-Schmiede von Comexio vorstellen. Das Comexio Touchpanel. Unsere Mission und Zielsetzung ist es, eine professionelle und vor allem bezahlbare Lösung für euer Smart Home anzubieten. Heute geht es konkret um eine Bedienmöglichkeit, welche sich zur Türkommunikation, zur Smart Home-Steuerung, zum Alarmmanagement und viele mehr eignet. Auf dem Markt existieren bereits Lösungen, jedoch handelt es sich entweder um Bastellösungen oder um sehr teure Profigeräte, die im Privathaushalt meist das Budget sprengen. Mit unserer Eigenentwicklung, komplett made in Germany, versuchen wir diese Lücke zu schließen. Wie gewohnt haben wir darauf geachtet, ausschließlich hochwertige Materialien zu verwenden. Hierbei war es uns wichtig, dass das Touchpanel trotz geschliffenem Edelstahl und Echtglas bezahlbar bleibt. Nun stellt sich die Frage, wozu ihr überhaupt eine fest installierte Hausbedienmöglichkeit benötigt. Alle kennen die Situation, ihr kommt ein Bademantel aus dem Badezimmer, es klingelt an der Haustür und natürlich habt ihr euer Smartphone nicht in Reichweite. Oder ihr möchtet beispielsweise die Heizung regeln und der Akku ist leer. Oder ihr möchtet euch die Kameras im Haus ansehen und das WLAN spinnt. Diese und viele weitere Gründe sorgen dafür, dass kein Smartphone das Touchpanel ersetzt. Derzeit nutzen viele unserer Kunden ein Tablet, das zum Beispiel über eine Wandhalterung festmontiert ist. Durch das dauerhaft eingesteckte Ladekabel sieht diese Bastellösung meistens nicht nur unschön aus, sondern führt des Öfteren auch zu Schwierigkeiten, wenn sich keine Steckdose in der Nähe befindet. Darüber hinaus stellt diese Variante keine rundum zufriedenstellende Lösung dar, da die Software für diesen Verwendungszweck nicht optimiert ist. Eine Komplettlösung, welche eine Türkommunikation, Visualisierung, Kameraüberwachung, Bedienung und weitere Smart Home Funktionen vereint, die existiert derzeit nicht als bezahlbares Produkt am Markt. Ab sofort gibt es eine Smart Home Bedienzentrale, die nur über ein Netzwerkkabel und mit einer Plug-and-Play Funktion auch euer Leben bereichert. Der integrierte Bewegungsmelder macht das Gerät sofort betriebsbereit und man spart gleichzeitig Energie. Durch die Stereo-Lautsprecher und das integrierte Mikrofon habt ihr nicht nur die Möglichkeit euren Besuch vor der Tür zu empfangen, sondern könnt das Gerät zusätzlich als Türklingel nutzen. Ebenso könnt ihr das Touchpanel als Kamera und Alarmzentrale einsetzen. Natürlich gibt es noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten und Funktionen des Touchpanels. Wenn euch das Video und vor allem das Comexio Touchpanel gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video von Comexio.